hallo liebe leute im südöstlichen vorgebirge und zwar hier hinten haben wir einmal ein event was ja jedes mal startet und hier wenn ihr hier hoch geht also entweder lauft ihr runter von der hauptstadt geht hier runter hier über die übergang da dann könnt ihr direkt hier hingeben hier ist unser 17. lillipschrein direkt an der ecke einfach looten punkte kassieren und wir bedanken uns im nächsten video ciao